einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zu subnautica ich habe ein bisschen am sound gedreht es sollte eigentlich passen mir ist mal aufgefallen dass meine meine sprachaufnahme meine stimme immer leiser und leiser und leiser und leiser wurde das ist so ein schleichender fehler sage ich mal man macht immer mehr let's plays zu verschiedenen spielen und dann passt es mal nicht ganz genau ach ja drehst du ein bisschen runter paar wochen drehst man noch mal ein bisschen runter und irgendwann denkst du bist ja viel leiser wie andere youtuber deswegen habe ich jetzt wieder ein bisschen hoch gedreht ich hoffe es passt so weit so bevor wir jetzt anfangen ich hör mal auf mich im kreis zu drehen bevor euch noch schlecht wird bevor wir jetzt anfangen erst einmal ein riesen riesen dankeschön an alle die mir bereits bilder geschickt haben da fällt mir jetzt mal so spontan der florian ein da fällt mir spontan der andreo ein da fällt mir spontan die die ute ein die ich bisher noch gar nicht kannte herzlich willkommen hier auf dem channel ich weiß nicht wie lange du schon hier so dabei bist ich kenne dich von twitch du hast mir den twitch usernamen gepostet wann wir die bilder aufhängen ich weiß es noch nicht so ganz genau wir haben ja gerade erst angefangen und haben da unten nur so naja so zwei kreuze im wasser da müssen mal schauen wann wir denn damit beginnen werden wir brauchen auf jeden fall erst mal dass das raumfragment vorher vorher braucht man wirklich bilder aufzuhängen ja willkommen an bord ich muss mal ein bisschen leiser machen das ist schon zu laut auf dem kopfhörer wie sieht es denn aus ja irgendjemand hat mir auch gesagt du solltest mal die sauerstoffflasche wieder reinlegen das habe ich auch getan habe ich irgendwie total verpeilt ich bin so was von raus aus diesem game ich bin so dermaßen raus und wir müssen wir brauchen wir sollten mal oder mal wir sollten mal unseren krempel so ein bisschen aus unserer basis rausnehmen würde ich sagen bei der gelegenheit sammeln wir noch ein bisschen was ein fangen wir direkt mal hier mit den säurepilzen an weil wir brauchen jetzt auch batterien jede menge so zwischendurch obwohl jetzt habe ich die alle abgepflückt und eingesteckt eigentlich macht das viel mehr sinn die draußen zu lassen weil warum sollen die dann platz in irgendeinem schrank wegnehmen die säurepilze wenn die doch hier draußen sowieso vor der haustür wachsen und nicht verschwinden macht irgendwie sinn irgendjemand hat mir auf youtube geschrieben dass es den vulkan hier noch gibt ich habe ihn noch nicht gefunden ich habe ihn noch nicht gefunden so das nehmen wir alles mit das nehmen wir auch mal mit inventar voll okay dann geht es mal wieder zurück da ist die aurora da müsste die basis irgendwo sein also wie gesagt ich habe keine ahnung wo dieser vulkan sein soll ich habe da noch nicht weiter nachgeguckt naja da ist ja schon die basis sehr schön aber der muss also hier irgendwo sein muss man das mal noch mal in ganz in ruhe offline irgendwann anschauen und versuchen den zu finden denn ich würde gern wieder in thermal reaktor reinstellen so da ist metall daher machen wir alles was metall ist auch da rein das war schon alles das ist natürlich sehr gut da kommt auch metall rein hier kommt der ganze ramsch rein das ist ja ach da ist ja blei ich dachte das ist salz münches kinder crashfisch okay so ich glaube pilze haben wir erstmal genug ne pilze haben wir erstmal genug das hauen das hauen wir uns mal rein da ist noch salz das können wir auch mal da reinschmeißen da würde ich sagen wir machen hier noch das blei rein und den kupferdraht machen wir da auch mal mit rein da haben wir noch die komischen dings hier die schmeißen wir noch da rein und dann müssen wir natürlich jede menge titan jetzt sammeln und und quarts und hast du nicht gesehen die sonne geht unter das ist natürlich sehr schön ja und für alle diejenigen die vielleicht noch lust und laune haben mir bilder zu schicken warte mal ich blende mal gerade ein da steht die e mail adresse da könnt ihr einfach eure fotos hinschicken sofern ihr alle rechte daran habt ihr kennt das ich sage jetzt nicht nochmal so langsam ist ausgelutscht also wenn ihr lust habt dann einfach eine mail schicken mit den bildern dran und ich werde die dann bei gelegenheit was kann man denn hier noch liegen was war denn das schling pflanzen sammeln ich kann mir auch mal aufheben ich werde die dann bei gelegenheit hier im spiel einbauen es gibt hier so digitale bilderrahmen medikit fabricator wieso kann ich den jetzt nicht öffnen wieso kann ich den medikit fabricator jetzt nicht öffnen geht nicht will nicht mehr egal guck mal ist es unter wasser ist es heller als über wasser auch nicht schlecht ja und ich werde wie gesagt die bilder dann irgendwann bei gelegenheit einbauen hier hochladen im spiel wenn wir eine eine andere basis haben eine bisschen größer ist wie gesagt ich brauche dieses fragment für den raum früher konnte man den mal immer direkt herstellen aber das ist jetzt ein ein fragment geworden was man vorher scannen muss ich weiß gerade nicht auswendig wo es liegt ich muss doch mal in city schauen nix wie rein hier so äh metall haben wir nichts mehr da ok dann machen wir das so äh glas ne glas machen wir jetzt mal nicht titan einfaches baumaterial ja und irgendjemand hat mir auch geschrieben ich soll mehr scannen ich soll auf jeden fall mehr scannen äh so das kommt dann hier rein das ist hier die ramschkiste ist natürlich jetzt schon voll das ist ganz toll das freut mich sehr das freut mich wirklich äh von daher brauchen wir hier ein bisschen titan raus und dann äh würde ich sagen wir bauen hier noch und dann brauche ich Quarz auch noch es ist aber laut jetzt mein lieber mann ey es ist aber wirklich laut so ein Schrank ein Schrank zwei Schrank haha so Metall Metall äh pass auf lass das mal noch rausnehmen äh ne pass auf wir machen das so so aber das hier so ein Bio Schränkchen passt das da rein? nein passt nicht alles rein Mist nur einen Pilz rausnehmen so das hier ist dann auch noch so Ramsch Gedönse so 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 und den Feuerlöcher der ist ganz wichtig die Leuchtfackel auch äh das können wir direkt mal trinken und jetzt müssen wir uns jetzt müssen wir eine Runde angeln äh und ich soll mir bitte doch äh die äh die Sphäre bauen damit wir immer schön Fischies haben hat jemand gesagt hat jemand geschrieben auf YouTube dafür auch vielen Dank guck mal der ist am Schlafen haha da da war der Vulkan jetzt hab ich ihn gehört jetzt hab ich ihn ganz deutsch gehört der ist hier hinten irgendwo der muss hier hinten irgendwo sein ich habe gerade diesen Vulkan wieder gehört ich habe gerade diesen Vulkan wieder gehört hm 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 irgendwo hier er macht nicht mehr ganz so oft Krach das ist das Problem aber der muss hier irgendwo sein das kann ja kann ja gar nicht anders sein so holen wir uns mal genügend hier zu essen so boah diese Fische sind aber auch schwer zu fangen mänisches kinder was ist denn heute los Ferdinand und seine Frau die Seekuh Ferdinand und Fridoline ich finde diesen Vulkan nicht ey es kann da echt nicht dein Ernst sein oder will ich jetzt nicht so wirklich rein die Suche nach dem heiligen Vulkan was macht der denn hier ja 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 das werden wir gleich tun wir werden gleich calories seken und immediately taken man hat den Vulkan immer noch nicht gefunden naja gut also mal schnell nach Hause oh ja Luft so ok 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 hauen wir mal einen Glubscher auf den Grill oder auch zwei so uns geht es wieder bestens dann machen wir uns noch ein bisschen wasser so die graphs hier die könnten wir dann gleich tatsächlich mal bauen die hängen wir dann irgendwo auf in der Hoffnung dass wir dann damit auch mal was angeln weil irgendwie hatte die sonst nie so richtig funktioniert bei mir warum auch immer so es gibt heute Glubscher ausnahmsweise mit Gary Fisch blumiger Geschmack aber nur ganz wenig eiweißreiche Augäpfel kleine Knochen für etwas mehr Piss schwammig knorpelig glücklicherweise geruchlos ha 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 super genial ach ja so was essen wir denn äh 32 macht der wie viel haben wir denn so viel wie viel fehlen uns denn ach komm rein damit in den hohlen Schacht immer rein damit so uns geht es gut dann können wir ja weiter auf Vulkansuche gehen äh da ist die Aurora da hinten ist die Basis irgendwo und wir holen uns noch ein paar Fischis mit boah so mein Gott bisschen Quarz mit einsammeln Titanschrott sehr schön die große Farming Tour das große Farming Event hier der Vulkan jetzt vielleicht irgendwie unterirdisch ist oder so so der Hirnschluchz hat gerade einen Stream angekündigt auch gut sind ja nur 95 Grad im Schatten von daher viel Spaß oh was liegt denn da was ist das denn ein Seemottenfragment ja geil können wir schon zwei von den von drei lieber brauchen auch gut sehr schön sehr sehr schön wunderbar ist doch nicht schlecht liegt hier noch mehr von dem Krempel rum oh ein mobile Fahrzeugstation Fragment haben wir jetzt auch schon zwei von drei ja läuft ne würde ich sagen es läuft selbst scann F so sehr gut haben wir uns mal wieder selbst gescannt ausnahmsweise hier noch irgendwas was wir scannen können oh Laborschalter waf hau ab man hau ab auch nicht dein ernst sein So, hier sind die Seekühe Aber wo ist der Vulkan? Da hab ich wieder was gehört Da, hier ist der Vulkan Ja, wir haben ihn Da ist er ja Oh mein Gott, ey Na endlich Na endlich So, warte mal Da ist die Basis Da ist die Aurora Okay Es ist also Ja, im Prinzip hinter der Aurora Hinten links hinter der Aurora So Und das heißt, unsere Basis müsste da vorne irgendwo sein Hinten links hinter der Aurora Hier ist auch ein Raum Ein Wrackteil Da sind dann Räume drin Oh ja, scannen Ein Stuhl Swivel share Swivel share Wir haben den Vulkan Na endlich Gott sei Dank Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden Da braucht man dann einen Schneidbrenner Sonst kommen wir da nicht rein Upsala Ja, vielleicht ist da noch was Schönes drin Hier liegt Ist das ein Seemottenfragment, das hier? Tatsache Geil Warte mal Ich muss mich mal wieder angewöhnen Mehr Screenshots zu machen Ich muss mich mal angewöhnen Mehr Screenshots zu machen In Subnautica Okay Das ist irgendwie merkwürdig Also hinten links hinter der Aurora Ist der Vulkan Ja, dann muss ich ja doch mal überlegen Weil wir haben den ja die ganze Zeit gesucht Unsere Basis, die müsste jetzt hier vorne irgendwo stehen Oh Blaue Palme Ich dachte, Palmen wachsen an Land Ich dachte immer, Palmen wachsen an Land Ähm Wohin mal, da sind die Seekühe Wo ist denn die Basis? Wo haben wir denn gebaut? Menschenskinder Müsste doch hier irgendwo sein Hm Wo haben wir denn Wo haben wir denn unser Schlösschen gebaut? Unser Riesen zu Hause Müsste doch hier irgendwo gewesen sein Äh Völlig orientierungslos Ich glaube, das ist näher da dran Kann das sein Warte mal Hier sind die Seekühe Die zwei, drei Stück Waa Ach, okay Deswegen habe ich den Vulkan nie gefunden Weil hier Das sieht hier aus Als würde hier Äh Dieses andere Biom anfangen Hau ab Junge, hau ab Lass mich in Ruhe Ich glaube mal hier rein Verkrümmeln Das sagt unser Inventar So Okay Warte mal Da ist die Aurora Deswegen ist da die Basis Da müsste eigentlich die Verlängerung Von der Basis Müsste der Vulkan sein Hier ist die Basis Hier ist die Basis Und dann ist da der Vulkan Da hinten bei der Wolke Ich versuche den mal gerade nochmal zu finden Wir müssen glaube ich hier über das Biom drüber hin weg Aber ich dachte dahinter kommt Dahinter wird es tief Dachte ich Ja, dahinter wird es auch tief Äh, dann ist das doch woanders Das muss weiter in der Richtung hier sein Ist aber auch schwierig Mensch jetzt Kinder Es ist aber auch schwierig Ich versuche gerade die Biome hier auswendig zu lernen Aber irgendwie will es mir nicht gelingen Ich weiß es nicht Also hier ist ja schon jetzt was ganz anderes So, jetzt wird es hier wieder flach Ah, okay Die haben das hier so Verstehe Die haben das hier so reingezogen So, und dann ist nämlich hier auch der Hier ist dann jetzt nämlich irgendwo der Vulkan Sollte er zumindest sein Huch, was ist das? Achso, das ist Schrott Das sah gerade aus wie eine Schiffsschraube So, warte mal Wir paddeln mal hier hoch Ui Da geht es auch steil runter Hier irgendwo müsste der Vulkan sein Wenn mich nicht alles täuscht Vielleicht täusche ich mich auch Haha Naja, 700 Meter ist zu weit Na toll Habe ich es mal wieder gut verbaselt Das muss weiter da sein Naja gut, egal Also wir machen das jetzt so Wir fahren jetzt zurück Bauen uns Beacon Ich hoffe wir kriegen das zusammen Das Zeug für eine Signalboje Und dann werde ich diesen Vulkan suchen Und dann werden wir die Basis zum Vulkan verlegen Also nicht direkt dran Weil das Ding ist mir dann doch zu laut Aber so in die Nähe von dem Vulkan Und damit ich da später Strom abzwacken kann You know what I mean Das hätte ich ganz gerne Oder? Oder soll man die Basis doch da lassen Wo sie ist? Hier ist ja eigentlich auch ganz cool Wenn man es mal genau nimmt Naja, ich überlege mal Ich überlege mir mal was Schauen wir mal wie wir das machen So, ich gehe erstmal nach Hause Hier, erstmal hier rein So Und dann würde ich sagen Wir hauen mal hier noch Der Titan Durch den Fabricator Und dann sehen wir uns hier In der nächsten Folge nochmal wieder Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Lasst ein Däumchen da Und macht's gut Bis demnächst Und tschüss Bis zum nächsten Mal